herzlich willkommen zu teil 3 bei der uncertain eins vorweg ich wollte mich einmal wo ich entschuldigen für die schlechte tonqualität von den letzten beiden teilen weiß ich glaube ich irgendwie ein bisschen der voice meter hat mir da so einen kleinen streich gespielt und mir so ein bisschen die ganze tonaufnahme versaubeutelt und ja ich habe das jetzt ein bisschen umgestellt und hoffe dass es jetzt besser ist ich war stehen geblieben letzten teil und zwar fehlte mir dort noch ein bauteil für den router jetzt mittlerweile habe ich mich zwischenzeitlich ein bisschen schlau gemacht und ich weiß wo das ding ist also jetzt ganz viel spaß und ja dann wollen wir mal gucken wie weit ich heute komme ja für dich nutzlos aber finden jemand anders sehr nutzbar wieso brauchst du den nicht bist du blöd was soll ich tun menschen us robotics abgestütze shuttle ich glaube ich werde mal nach dem shuttle fragen ich glaube ich werde mal nach dem shuttle fragen es ist ein transferter restet humans we do not know where was heading by forging the pilot's certificate one of our allies was able to infiltrate uss he was supposed to bring the humans into the hospital supposedly his cover was blown the whole plan fell apart and humans died in the crash we failed them this must not happen again how could you arrive so quickly at the crash scene and who used an emp grenade the pilot gave us his coordinates using an emergency line Patrick and Abigail left immediately on the arrow car the shuttle was already open when they arrived Patrick and Abigail did not enter which was the right decision as they caught the police officers unaware and saved you you already know why they did it we need your assistance recruiting new robots is our only way to help humans and expose the USS what happened to the pilot and human bodies we cremated them to avoid biohazard the pilot is partly disassembled in one of the hospital rooms his damage was fatal we do not have the necessary equipment to repair him his memory chip was damaged during the crash but most of the data is still intact so the pilot that hijacked the shuttle was supposed to save the humans from being transferred to the USS that is right the pilot was supposed to save them and bring them here most likely he knew the original USS destination i see thank you for the answers i will return to my current task all right haben die die beiden menschen verbrannt ich glaube es nicht this chip belonged to some unknown device it is useless to me warum kann er das nicht mitnehmen jetzt i do not need this chip warum warum ah hallo hela wichtig muss jetz wieder noch mal von vorne ok also doch nicht ich gehe wieder n Keller ok also doch nicht ich geh wieder n Yellow ich habe noch nicht fully explortiert Ach nee, ja, dann mach mal. Ach, ich hab diese Etage noch nicht ganz erkundet. Ey. Ist das tatsächlich so, dass ich jetzt noch mal alles machen muss? Nehmen die mit? Ach nee. Ist das jetzt wirklich so, dass ich das alles noch mal wieder von vorne machen muss? Oh, nee. Och Gott. Nee, oder auch nicht. Ähm. Ein kompaktes Analog für die Intercom. Die Unite ist nicht funktionierend. Was ist das? Ich kann nicht die Logik dieser Symbolen entscheiden. Es ist vielleicht ein Kod, aber ich brauche einen Schlüssel, um seinen Algorithmus zu kaltieren. Ah nee. Ich habe bereits die Kontaktkontaktoren gefunden. Es ist nichts in diesem Raum, das ich benutze. Also doch nicht. Also nochmal alles von vorne machen. Aber wieso nimmt er den Chip nicht mit? Warum? Ich werde mal zu unserem Internet-Heinie gehen. Äh. Äh. Hallo. So. Ach, tatsächlich. Da ist kein Internet. Och nee. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet, RT. Es ist gut, dass du unsere Organisation bist. Gregory hat mir gesagt, dass wir alle verabschieden, dass wir alle verabschieden, was mit den Menschen passiert ist. Although USS Robotics hat niemals verabschiedet von Menschen, ich fühle mich immer über sie. Ich habe immer über sie verabschiedet. Ich habe ihre Bücher und habe ihre Ideen gefunden. Ich habe sie gefunden. Die Corporationen hat mich verabschiedet, nur weil ich automatisch verabschiede. Sie sind recht. Die meisten Robots downloaden die Malicious Update und sind jetzt indifferent zu Menschen. In fact, sie verabschieden die Polizei bei der Detektion von einem Menschen oder Robot, die in Kontakt mit einem Menschen hat. Die Fakt, dass die Polizei so schnell auf den Crash Site gekommen ist, ist ungewöhnlich. Ich hoffe, wir können herausfinden, was passiert. At first, ich verabschiede, dass es du, dass sie in der Crash gebracht hat. Aber dann habe ich herausgefunden, dass du nicht senden einen Alert zu der Polizei. Das muss mean, dass du nicht von der Update verabschiedet hast. Und ich darf nicht interferieren mit deinem Intellektuellen Block. Dann wiederum, Gregory wird in die Details verabschieden. Ich wollte nur ein paar Hilfe geben. Wir haben die Gebäude verabschiedet, die Hauptsysteme verabschieden. Ich habe die Intercom geöffnet, also wir haben die Internet. Die einzige Möglichkeit, dass jemand uns verabschiedet hat, ist, wenn wir sie lassen. RT, die Servers sind auf der Basement Level. Können Sie bitte starten Servers Nummer 1, 3 und 4? Dann beantworte alle Nodes funktionieren und aktiviere die Connection zu der Internet. Nachdem, bitte zurück, hier zurück. Okay. Ich werde, was ich kann. Ich habe es geahnt. Ich darf alles nochmal neu machen. Nein. Nicht zu fassen. Naja, egal. Dann machen wir es diesmal besser. Ich würde sagen, ich gehe mal in den Keller. Da war ich ja in der letzten Folge auch schon drin. Dann schalte ich die Server 1, 3 und 4 ein. Geht sie jetzt runter? Ja. Jetzt geht er runter. So. Ähm. Ja, dann guck doch mal rein. Es ist ein Fuss, aber es ist broken und wird nicht funktionieren. Ja, dann gehe ich mal in den Raum hier. Äh. Ja. Aber ehrlich, die Steuerung. So gewöhnungsbedürftig. Ich werde es arbeiten, als nächstes ich all die anderen Teilen des Server. Ja. Dieser Router distribuiert die Transporte über die Krankenhäuser. Es ist ein Chip verloren. Der Router wird nicht ohne ihn funktionieren. Es gibt ein paar Chips hier, aber sie sind aus Ordnung. Ich muss einen Working-Chip finden. Ja. So, hier ist der Server. Wollen wir mal. Ja. Eins. Drei. Und. Hallo. Vier. Ja. Ja, dann machen wir auf. Das ist. Es ist ein Fuss. Ähm. Das ist ein Elektrik-Sewicht-Bord. Ich werde es arbeiten, als nächstes ich alles Kustomizei, die andere Teilen des Server. Ah. If I refuse to cooperate, I would be disintegrated just like them. Why would the police robots do that? They must have realized the consequences. The USS Updates probably damaged their logic module. Ja, ich geh nur noch mal nach oben. So. So. Da, richte eine Internetverbindung ein. Ähm, jetzt? Hallo? Ey! So. So. Ernsthaft? Vorhin wollte er sie erst nicht mitnehmen. Nee, ist so groß. Und jetzt steckt er die ein. Naja. So. Kann ich jetzt das Teil mitnehmen? Ach. Ja. Habe ich doch vorhin gesagt. Nimm mit. Aber du wolltest ja nicht. Was ist das denn hier? Ich geh ja jetzt erst. Eine holographische Tafel. Es bildet ein Shuttle, das bei meinem Haus zerbricht. Es sieht, dass Gregory sich vorsichtig examiniert, was passiert. Okay. Ja. Dann, dann mal runter in den Keller. Okay. Oh. Okay. Okay. Da vorne liegt was. Wieso kann ich den ja nicht wegnehmen? Na gut, dann wollen wir den erstmal hier reparieren. So, jetzt kommt der Router dran. So ist auch eingebohrt. Ja, es ist in der Nähe. Ach, nee. Dann bitteschön. Es ist der gleiche Router, die für das Router braucht. Gut. Es passt perfekt. Jetzt kann ich das Switchboard setzieren. Okay. Dann in der Verbindung 1.1.0.1.1. Was ist das jetzt? Okay. Ja, dann geh hier nochmal hin. Ah. Ich habe mein Arbeit geschlossen. Ich sollte zu Nick zurückkommen. Ja. Ja. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Sysadmin. Ach, nee. So, dann wollen wir mal zu Nick Knattertoner oben. Ah. So. Das sieht schon gleich ganz anders aus auf dem Bildschirm. Ich sehe eine aktive Verbindung. Aber es hat mehr Zeit, als ich erwartet. Was hat etwas falsch gemacht? Ja. Ich muss ein paar Details vermitteln. Aber es ist alles gut. Gut. Das Problem der Kommunikation ist dann geschlossen. Abigail und ich habe eine Portable Intercom für dich. Und ich setze eine Verbindungung auf dem Bildschirm. Es geht. Du musst es auf der ersten Anwendung. Okay. Was wird das? Die. Gregory will let you into details now. So, everyone is here. As you already know, a group of humans we intended to accommodate have died in a crash. Abe was disabled. Next thing. We have a new task. Yesterday our informer, police robot F2, should have brought us data disk with important information. He did not show up and there is no contact with him. We must obtain that data. Our plans will be compromised if the USS gets it first. We cannot enter our informer shelter because we will be detected the moment we step into the city. But police does not know about you, RT. So your task is to go to the city and find out what happened to F2. Wie komme ich dahin? Informant? Welcher Datenträger? Missionspriorität. How did you manage to recruit a police officer? We noticed deviations in his behavior. He helped us during the arrest and agreed to report about any future police plans. Turned out that his update module was out of order, which allowed him to keep the ability to make informed choices. If we had only known about avoiding the malicious updates before, then we would have many more allies now. Let us get back to your task. You may contact us and report the situation. Nick provided you with a portable intercom with an encrypted transmission channel. You cannot be traced. But to avoid suspicion, I do not recommend to use it very often. Alright, I see. That is it. Let us move forward. Patrick, prepare the aero car for the flight. Alright. Nick, check the communication once more. Abigail, give RT his plasma cutter. He may need it. Okie dokie. Mhm. Ja, wo ist F2? Ja, wo ist F2? Wir werden es gleich wissen. Wir werden es gleich wissen. Ich bin der blow. Wir werden es von Fweek-Vepak. Wenn es wieder die прос requere.. Das ist gl t dicho. Ich bin aufgischter. Wir werden sie unter den Hausverbening benötter. Dann mal rein in die gute Stube. Gott, was ne Absteige. Alter Einkaufswagen mit Müllsack und einem Korb. Ähm, das hier sieht man noch. Ja. Oh. Ich schaue mich erst mal ein bisschen um. Paranoid? Ah so. Wer ist da? Ja? Sollte ich noch mal klopfen? Ich versuche es einfach mal. Du kannst mich nicht reinlassen. Hm. Ja, dann lassen wir das mal. Es ist niemand zuhause. Ist ja in einer Wohnung. Sagt aber, es ist niemand zuhause. Ach so. Kann ich hier was machen? Ne. Ähm. Was haben wir hier vorne? Da scheint wohl tatsächlich der Stromkasten zu sein für den Aufzug. Ah. Temperatursteuerung. Ja, dann gehen wir mal nach oben. So. 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 Oh, was ist hier passiert? Überall Flatterband. Ähm. Ich gucke mir erstmal das Fahrrad an. Primitive Fahrzeuge. Primitive Fahrzeuge. Mhm. Guck dir das auch mal näher an. Ach. Das geht schon. Ähm. Ja, dann würde ich sagen... Das ist riskant. Ähm. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden, da rein zu kommen. Was ist hier? Was ist das hier? Ist leer, ja. Ähm. These doors are technically more advanced than the building itself. I think they have been recently replaced. Na, da kann ich auch nichts machen. Kann ich denn hier um die Ecke? Geht das wenigstens? Ne, geht auch nicht. Äh. Ja, dann gucke ich mich mal hier vorne weiter um. Da geht's auch nicht weiter. Wieso? Ich muss da irgendwie rein. Aber fragt sich nur wie. Was haben wir da? Ja. Ja, da komme ich tatsächlich nicht rein. Ähm. Gibt sie sonst noch irgendwo was? Was ich jetzt, äh, übersehen hätte? Ne. Das Fahrrad. Ja, das Fahrrad kann ich nicht mitnehmen. Wie soll ich sagen? Dann geh noch mal eine Etage tiefer und klopfe mal bei der netten Dame. Ein viertes Mal. Ähm. Mal gucken, ob sie jetzt öffnet. Bist du jetzt? Ach. Du musst jetzt gehen, oder ich kenne die Polizei. Och. Da komme ich tatsächlich auch nicht rein. Wie komm ich da oben jetzt rein? Also wenn ich die Tür, die kann ich nicht aufmachen, dann hab ich gleich, da ist noch ein Fahrrad, dann ist gleich sofort Polizei da. Ja, ist ein Kinderfahrrad. Ja, ist bequemer, ne? Oh, was haben wir hier? Das sieht mir nach dem Briefkasten an. Ja, Brieftauben. Wie komm ich da rein? Da oben. Da kann ich nichts machen. Geh nochmal raus. Habe ich vielleicht die Möglichkeit von außen da rein zu kommen? Ah, hier ist auch noch was. Oh. Eine Baseballmütze mit D. Kann ich aber nichts mehr machen im Moment. Was ist das? Ja. Ja. Ja, wie kriege ich die Leiter da jetzt runter? Kann ich jetzt vielleicht hier mit dem Müll was machen? Auch nicht. Das geht auch nicht. Ich bin ein Weg die Leiter runterzulassen. Oh, hier ist ein Stein. Sicher jetzt erst. Donkentrömmer, kannst du das vielleicht nehmen? Why would I need concrete wreckage? It is useless. Maximum power capacity, 1.21 gigawatts. It is too high. I need to hook the ladder and pull it down. Ich brauche irgendwas weiter runterzuziehen. Habe ich geguckt, da habe ich geguckt. Bei dem Stein. Was haben wir hier? A canister for storage of the liquid fuel that was banned in the last century, due to its highly explosive and toxic nature. Benzin, kann ich auch nicht mitnehmen. Das Auto. Sieht mir nach einem alten Taxi aus. Wollen wir doch mal ein bisschen näher untersuchen. Das Auto. ich mein doch nur kaputtes auto sowie die frage wie bekomme ich die leiter unter irgendwas von schneitbrenner gesagt da war es mal rankommen vielleicht drauf stellen und dann die leiter runterziehen ja wenn es dann mal ein bisschen länger dauert sie sonst irgendwas da habe ich innen drin was übersehen da war ich schon überall treppe was haben wir denn hier ja ja Beside this pipe does not look solid, so I could try and break it off with something heavy. I better save the cutter's last charge for the window green. Beside this pipe does not look solid, so I could try and break it off with something heavy. I failed to detach the pipe by hand. I need to find something heavy and try to break it off. Let's see... ...it was schweres. Ich glaube, der Betonklotz draußen. Der könnte mir da gut... ...beihelfen. Dann wollen wir doch mal rausgehen. Diese Steuerung, die ist so gewöhnungsbedürftig. Da ist der Stein. Nicht? Ach, dann guck hier vielleicht nochmal rein. Aha. Auch nicht. Warum geht das denn nicht? Wenn er mit dem Schneidbranner bei will, macht er das nicht. Wo ist da der Fehler? Ah. Immer dichter dran. I better save the cutter's last charge for the window green. Beside this pipe does not look solid, so I could try and break it off with something heavy. I failed to detach the pipe by hand. I need to find something heavy and try to break it off. Mit was kann ich dieses... Oh, da wegmachen? Der Bauschutt draußen geht nicht. Ich war am... ...an der Mülltonne. Das ging auch nicht. Ähm... Vielleicht... Vielleicht das Fahrrad, was man da zerlegen kann mit dem Schneidbranner. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Ah, ich liebe diese Rätsel. Na, geht's jetzt? Oh ja! Tatsächlich! Was hat er gemacht? Er hätte irgendwas an dem Fahrrad gemacht. Ja. Ja. Hier hat er irgendwas vom Fahrrad abgebaut. Ich weiß nicht was. Er geht doch mal runter. Na. Na. Oh. Ernsthaft? Oh Gott, ich krieg zu viel. Nein. Ich prefer ihn. Da kann ich auch nichts damit machen. Nein. Der hat da oben irgendwas vom Fahrrad abmontiert. Aber hier ist... Briefkasten. Ja. Da komm ich auch nicht rein. Ähm... Hört gerade was ein. Nee. Ja. Ja, ich würde dann erstmal sagen, das war's dann erstmal für den dritten Teil. Ähm... Ob ich's schaffe, das Rohr da noch wegzukriegen und ob ich oben in die Wohnung des Informanten komme. Das alles seht ihr in dem nächsten Teil. Dann, äh... Danke ich nochmal fürs Zuschauen. Ähm... Ein Like würde ich... Für ein Like würde ich mich sehr gerne freuen. Und... Aber auch. Dann bedanke ich mich und bis demnächst. Tschüss. 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 Tschüss.